Ein wunderschönes Hello an diesem tollen Mittwoch. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, deine Woche ist bisher gut gestartet und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Podcast-Folge. Denn heute soll es um das Thema gehen. Absage nach einem Vorstellungsgespräch. Was jetzt? Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Die Podcast-Folge ist in drei Bereiche aufgeteilt. Wir sprechen erstmal darüber, was könnten denn die Gründe sein? Dann sprechen wir darüber, was kannst du sonst tun? Und dann habe ich noch ein paar Fragen, die du dir aufschreiben kannst, um für dich Vorstellungsgespräche zu reflektieren, um vor allem auch zu wissen, was kann ich in Zukunft besser machen? Doch bevor wir einsteigen, also Vorstellungsgespräche, Absagen bekommen, hey, ich kann das sehr gut nachempfinden. Weil wenn du dich beworben hast, wenn du die Einladung bekommen hast, das ist so ein Hochgefühl und du denkst so, boah, geil, alles klar, yay, meine Unterlagen haben überzeugt und jetzt gehe ich zum Vorstellungsgespräch und jetzt bereite ich mich vor und lese mir alles durch und bin ready und höre mir am besten noch die ganzen Podcast-Folgen von Bastian an und dann kriege ich das hin. Und dann kommst du da hin und dann machst du das Vorstellungsgespräch und dann kommst du nach Hause und dann kriegst du eine Absage und dann denkst du so, was ist denn das jetzt? Ich dachte, ich habe jetzt hier alles gelernt und trotzdem, das ist ja richtig, richtig blöd und ich kann deinen Frust richtig gut verstehen. Aber was ich dir auch sagen kann ist, es ist jetzt vielleicht mal ein Vorstellungsgespräch oder vielleicht auch dein drittes Vorstellungsgespräch gewesen, aber du wirst ja nach und nach besser und wirst immer besser im Überzeugen und weißt natürlich auch vielleicht, was du anders machen kannst. Beziehungsweise, wenn du die Podcast-Folge zu Ende gehört hast, dann hast du nochmal drei Tipps von mir an die Hand bekommen, wie es vielleicht beim nächsten Mal noch besser klappen könnte. Wir wollten über die Gründe sprechen. Was könnten denn die Gründe für eine Absage sein? Vielleicht bevor du selber überlegst und sagst, oh ja, da habe ich mich falsch verhalten und da war ich so und da war ich so. Es muss nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Hast du daran mal gedacht? Weil manchmal hast du das Glück, dass du die einzige Bewerberin, der einzige Bewerber bist, aber das ist natürlich nicht die Regel. Meistens werden sich mehrere Menschen angeschaut und dann entscheiden der Fachbereich und der Personalleiter darüber, welcher Kandidat denn auch am besten passt. Was du aber häufig auch nicht weißt, ist, dass sich auf ausgeschriebene Stellenausschreibungen ja häufig auch interne Menschen bewerben können. Und hier kommt zum Beispiel schon mal der erste Grund. Was ist, wenn deine Bewerbung oder dein Vorstellungsgespräch oder du eine Absage bekommen hast, weil ein interner Bewerber vorgezogen worden ist? Das kann passieren und das ist auch gar nicht so unüblich und das hat nichts mit dir zu tun. Da hättest du dich sonst noch so gut positionieren können, präsentieren können, die besten Verkaufstricks anwenden können. Wenn ein interner Bewerber den Vorzug bekommt, dann hast du no Chance. So, das war der erste Grund. Das heißt, du kannst sein, dass du eine Absage bekommen hast, dafür, dass jemand internes vorgezogen worden ist und das hat nichts mit dir zu tun. Meistens ist es ja auch so, dass du in dem Absagetext auch gar keine konkrete Information hast. Meistens ist es nur eine E-Mail, wo drin steht, schönen guten Tag, wir bedanken uns bei Ihnen für die investierte Zeit und leider haben wir uns für jemand anderes entschieden, Dankeschön, auf Wiedersehen. Das heißt, in dieser E-Mail brauchst du noch gar nicht rein zu interpretieren, dass es irgendwas mit dir zu tun hatte. Der zweite Grund, warum ein Vorstellungsgespräch oder warum du eine Absage nach dem Vorstellungsgespräch haben könntest, für den du nichts kannst, ist, dass die Position einfach nicht mehr besetzt wird. Es kann sein, dass sich im Unternehmen was verändert hat und die diese Stelle einfach nicht mehr besetzen, aber weil sie eben mit standardisierten Texten arbeiten, geht auch das nicht aus der E-Mail hervor. Der dritte Grund, warum du eine Absage bekommen könntest, für die du nichts kannst, ist, dass sich die Position verändert hat. Die haben vielleicht mehrere Vorstellungsgespräche geführt und auch mit dir und haben gemerkt, die Leute, die wir jetzt hier kennenlernen, das sind gar nicht die, die wir haben wollen. Eigentlich wollen wir ja die und die. Und ich kann dir sagen, aus zehn Jahren Erfahrung als Recruiter, das ist vorgekommen. Und dann sitzt du da als Personaler und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und denkst, meine Güte, jetzt haben wir hier die ganzen Leute eingeladen, die sind hier alle hergekommen und du sagst mir jetzt, dass du eigentlich was ganz anderes willst, aber das ist die Realität. Das kann vorkommen. Was natürlich auch sein kann, ist einfach, dass die gemerkt haben im Vorstellungsgespräch, okay, der Kandidat, die Kandidatin ist noch nicht so weit, hat noch nicht die entsprechenden Erfahrungen. Und Erfahrungen, naja, mal unter uns, so richtig was dafür können, tust du auch nicht. Weil wenn du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, kannst du sie auch nicht vorweisen. Erfahrung ist, wie ich mal schmerzlicherweise erfahren durfte, das Einzige, was du nicht in Seminaren lernen kannst. Alles andere kannst du dir ja beibringen oder durch Kurse lernen, aber Erfahrung, die kommt halt mit der Zeit. Das bedeutet dann aber auf der anderen Seite, dass das Unternehmen auch einfach nicht richtig geschaut hat, an wen die sich da einladen. Und das bedeutet dann auch wiederum, dass du eigentlich nichts dafür kannst, wenn die jemanden suchen mit mehr Erfahrung oder sich für jemanden entschieden haben mit mehr Erfahrung. Also du merkst, es gibt ganz, ganz viele Gründe, für die du erstmal nichts kannst. Und es gibt natürlich auch ein, zwei Gründe, für die du was kannst. Und der naheliegendste Grund ist, du hast einfach nicht überzeugt. Es gab Dinge, die, die dich gefragt haben, Fachfragen, die dir gestellt wurden, die du einfach nicht beantworten konntest. Oder Fragen, die man dir gestellt hat, wo man dich gefragt hat, wie du gewisse Dinge gelöst hast und das hat nicht überzeugt. Weil die vielleicht gehört haben, etwas gehört haben, was die dann verunsichert hat, wo die dann gesagt haben, nee, dann nehmen wir besser die andere Kandidatin, den anderen Kandidaten. Das sind mögliche Gründe für eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch. Eine Sache kann ich dir jetzt hier und heute versprechen. Du weißt es nicht. Das heißt, wenn du eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch bekommst und erstmal frustriert bist und traurig oder sauer, völlig okay, sei traurig, sei sauer, aber fang bitte nicht an. Und das ist wirklich mehr oder weniger eine Warnung, ja, ein Hinweis. Ein Appell an dich, jetzt rein zu interpretieren und dir zu überlegen, ah, deswegen habe ich die Absage bekommen. Und deswegen möchte ich dir den Tipp geben, wenn du eine Absage bekommen hast, immer, wirklich bei jeder Bewerbung, wo du ein Vorstellungsgespräch hattest, zumindest da, immer nachzutelefonieren. Wirklich, immer. Weil du kannst nicht konkret wissen, wofür du die Absage bekommen hast, solange es dir keiner sagt. Bis dahin ist alles lustiges Rätselraten und ich habe dir jetzt die Gründe mitgegeben. Aber wir beide, du und ich, wir wissen es nicht zu 100 Prozent. Und wie weißt du es zu 100 Prozent? Indem du anrufst. Zwei Podcast-Folgen gab es zu diesem Fall mal. Einmal habe ich einen Bekannten von mir interviewt. Die Podcast-Folge heißt, warum du Absagen nachtelefonieren solltest. Das ist ein Interview mit, äh, heute ein Kumpel von mir, damals war er eben Bewerber. Da geht's, er erklärt im Prinzip, was passiert ist, nachdem er herausgefunden hat, warum das Unternehmen ihm abgesagt hat. Und dann gibt es nochmal eine Podcast-Folge, die ich zu dem Thema damals aufgenommen habe. Einfach nochmal mit so ein paar Schritten. Wie gehst du da vor? Worauf solltest du achten, wenn du jemanden am Telefon hast? Was sind die Fragen, die du stellen solltest, wenn du eine Absage nach einem Vorstellungsgespräch bekommen hast? Damit du natürlich auch was rauskriegst. Okay, also erstes Thema. Was könnten die Gründe sein? Über die Gründe haben wir gesprochen. Und hier nochmal mein Tipp. Ruf an. Weil Unternehmen rufen dich an. Die rufen dich nicht an, um dir mitzuteilen, dass du eine Absage bekommen hast. Einige machen das. Einige Unternehmen sagen tatsächlich telefonisch ab. Das sind die richtig guten Personal-Recruitings-Abteilungen. Andere Unternehmen sind da vielleicht noch nicht so strukturiert oder haben vielleicht tausend andere Sachen im Kopf. Manchmal kommt man einfach nicht dazu. Und deswegen liegt der Ball bei dir, eben diese Unternehmen anzurufen und nachzufragen, warum hat es denn nicht funktioniert? Woran hat es gelegen? Und das Gute ist, da hast du ganz konkret eine Aussage, was du in Zukunft besser machen kannst. Jetzt Fragen, die du dir stellen kannst, um zu reflektieren, ob das Vorstellungsgespräch, ja, ob es gut war, ob es schlecht war, was du besser machen kannst. Du kannst natürlich schon dir gewisse Fragen stellen, um auch erstmal selber zu reflektieren und darüber nachzudenken, war alles gut oder gibt es Dinge, die ich besser machen kann. Das solltest du allerdings nach jedem Vorstellungsgespräch machen und nicht, wenn du eine Absage bekommen hast. Weil ich kann dir den Tipp geben, wenn du eine Absage bekommen hast, bist du emotional, ich sag mal, beeinflusst, suchst nach irgendwelchen Fehlern oder versuchst eben Fehler nicht anzuerkennen und bist dann sehr, wie soll ich sagen, voreingenommen, darüber diese Fragen wirklich ehrlich zu beantworten. Deswegen mein Tipp, hab das Vorstellungsgespräch, schlafen nach drüber und am nächsten Tag machst du diese Fragen. Und jetzt kannst du dir gerne Stift und Papier nehmen und dir diese Fragen aufschreiben. Und zwar, die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und warum ist das nicht gut gelaufen? Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, welche Fragen waren schwer? Ja, also bei welchen Fragen musstest du echt hart überlegen, bei welchen Fragen hattest du Schweißperlen auf der Stirn, bei welchen Fragen warst du extrem verunsichert? Weil du bist ja nicht das ganze Vorstellungsgespräch über verunsichert, sondern da kommt so eine Frage und du denkst, ach du, meine Güte. Und wenn das diese Frage ist, die dir eigentlich in jedem Vorstellungsgespräch gestellt wird, warum waren sie da nur so lange beschäftigt, warum haben sie hier eine Lücke, etc., 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 dann ist es langsam an der Zeit, dafür mal was Gutes auszuarbeiten, wie man da vorgehen kann. Die nächste Frage, welche Punkte sind offen geblieben? Also sprich, was wolltest du gerne noch sagen oder was war noch ungeklärt, was du noch gerne klären möchtest? Also beide Richtungen betrachten. Einmal, was wolltest du gerne noch sagen? Manchmal hast du dich ja so gut vorbereitet, willst unbedingt deine Fachkenntnisse hervorheben und du kommst im Vorstellungsgespräch gar nicht dazu, deswegen reflektiere, was kannst du in Zukunft anders machen, um deine Fachkenntnisse noch ein bisschen mehr hervorzuheben. Aber natürlich auch, welche Punkte seitens der Stelle sind offen geblieben, die für dich noch gar nicht klar waren, weil das kannst du im Zweifelsfall vielleicht auch nochmal, wenn du jetzt eine Nacht drüber geschlafen hast, vielleicht auch nochmal per E-Mail nachfragen. Und dann habe ich noch eine Frage für dich, nämlich, was sollte ich das nächste Mal anders machen oder besser machen? Also im Grunde genommen findet sich diese Frage ja auch in allen drei anderen vier Fragen, nee, drei Fragen. Aber es ist auch nochmal ganz gut, von oben drauf zu gucken, was sollte ich das nächste Mal anders machen? Weiß ich nicht. Ich sollte früher da sein. Ich sollte mir den Weg angucken, wie ich da hinkomme. Ich sollte kein Sprudelwasser trinken, weil ich muss sonst die ganze Zeit aufstoßen und das ist mir total unangenehm. Ich sollte keine Softdrinks annehmen, weil sonst ist der Mund so pappig. Ich sollte keine Kekse essen. Ich sollte vielleicht drei Stunden vorher eine geraucht haben und nicht zehn Minuten vorher, weil das fühlt sich auch sehr unsicher an. Ich sollte vielleicht keinen zu kurzen Rock tragen. Ich sollte vielleicht gucken, wie mein Oberteil fällt, wenn ich sitze, nicht, dass dann irgendwie was verrutscht. Also es gibt ganz viele Gründe, die du vielleicht beim nächsten Mal anders machen könntest oder besser machen könntest. Zum Beispiel, wenn ich den Raum betrete, warte ich ab, wo sich die anderen hinsetzen oder hinstellen, damit ich weiß, wie ich so sitzen kann, damit ich denen gegenüber sitze. Ich hatte mal eine Situation von einer Bewerberin im Vorstellungsgespräch, die tat mir so leid. Wir hatten so einen Tisch, der war rund und sie hatte sich, und das war jetzt aber dummerweise dem Fachbereich geschuldet, ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Es war nämlich so, sie hatte sich an die, an eine Seite gesetzt und der Tisch war ja rund und mein Kollege und ich, wir hatten uns jeweils links und rechts hingesetzt. Aber nicht so, dass sie uns beide in einem Blickfeld hatte, sondern dass sie wie beim Tennis immer nach links und nach rechts schauen musste. Also das war echt total unangenehm für sie. Und irgendwann haben wir es dann auch selber gecheckt und haben dann irgendwie einfach umgestellt und haben gesagt, okay, ich glaube, wir stellen das hier gerade mal ein bisschen um. Also tatsächlich, da könntest du vielleicht auch drauf achten, wo stehen die anderen, wie setzt du dich am besten hin, damit du auch alle im Blick hast. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, was sollte ich wieder genauso machen? Welche Story hat richtig gut abgehoben, hat die dazu gebracht, wirklich zu verstehen, was deine Stärken sind? Wo hast du dich wirklich authentisch gefühlt und gut gefühlt, wenn du über Schwächen gesprochen hast? Also auch das sind Fragen, die du dir stellen kannst. Das sind jetzt, ich sag mal, Fragen zu deinem Prozess, also Fragen, die du dir selber stellen kannst zum Vorstellungsgespräch, wie du performt hast. Aber was du dich natürlich auch ganz ehrlich fragen sollst, und vielleicht hast du schon eine Podcast-Folge von uns gehört zum Thema Werte und einfach mal für dich deine Werte erarbeitet. Passe ich zu diesem Arbeitgeber? Gibt es, passen die Dinge wirklich zusammen? Stimmt die Chemie zwischen meinem zukünftigen, meiner zukünftigen Vorgesetzten oder nicht? Weil hier auch, solltest du ganz ehrlich sein. Aber ganz wichtiger Tipp, wenn der Personaler oder die Personalerin sprichwörtlich eine Idiotin war, ein, ein, was habe ich letztens gehört, ein, ein, ja, ich darf es nicht sagen, das sind böse Wörter, das sagen wir nicht. Aber einfach nicht nett war, fies war, böse Fragen gestellt hat, die Rolle des Bad Cops übernommen hat. Und der Fachbereich, also dein zukünftiger Vorgesetzter, deine zukünftige Vorgesetzte, sehr, sehr nett war und du dich mit dieser Person sehr gut verstanden hast. Bitte, bitte mache dann nicht deine Entscheidung davon abhängig, wie die Stimmung mit dem Personaler war. Weil Personaler gehen manchmal bewusst in die Rolle des Bad Cops, das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn man sich das so ein bisschen teilt, Good Cop, Bad Cop. Und auf der anderen Seite wirst du ja nicht mit dem Personaler so eng zusammenarbeiten, deswegen kann er dir auch relativ egal sein. Wenn aber die Chemie stimmte mit deinem zukünftigen Chefin, deinem zukünftigen Chef, dann würde ich davon natürlich auch die Entscheidung abhängig machen. Aber was du dich auch fragen solltest, ist, wie attraktiv ist denn der potenzielle Arbeitgeber für mich? Ja, was habe ich für Entwicklungsmöglichkeiten? Wie entwickelt sich das Unternehmen grundsätzlich? Was haben die mir erzählt zum Thema Abteilung? Wie sind die strukturiert? Also ist da überhaupt eine Attraktivität für mich gegeben? Das sind Fragen, die du dir stellen kannst, um einfach für dich zu reflektieren. Was wäre, wenn die jetzt Ja sagen, würde ich den Job annehmen, Ja oder Nein? Oder gibt es vielleicht ein Unternehmen, was besser zu mir passen würde, wo ich jetzt letztens das Vorstellungsgespräch hatte? Um das auch für dich zu ergründen, solltest du auf jeden Fall deine Werte nochmal herausarbeiten. Und vielleicht, also ich meine klar, deine Stärken kennen, natürlich, um zu gucken, sind meine Stärken, aber auch meine Werte, also meine persönlichen Vorstellungen und Wünsche, werden die hier auch so dem entsprochen? Und ich will jetzt nicht sagen, du sollst die komplette Perfektion finden, wo alles passt und du in deinem absoluten Traumjob bist, weil auch da, mach dich da bitte nicht zu verrückt, habe ich letztens einen sehr, sehr schönen Satz gehört, Perfektion setzt Imperfektion voraus. Also es darf auch erstmal alles nicht perfekt sein und auch ein bisschen schwierig sein und noch nicht so ganz passen, aber über die Zeit kann sich das ja wirklich verbessern und zu einem perfekten Job werden. Also, kommen wir nochmal zur Zusammenfassung. Erstens, welche Gründe gibt es, warum du eine Absage bekommen hast? Und da haben wir zu Beginn darüber gesprochen, dass es Gründe gibt, für die du gar nichts kannst. Und es gibt natürlich Gründe, für die du was kannst, klar. Aber auf jeden Fall kannst du diese Gründe verifizieren, indem du dieser Absage nachtelefonierst und herausfindest, woran es gelegen hat. Ich packe dir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes die entsprechenden Podcast-Folgen, damit du da direkt nochmal reinklicken kannst und dir diese Podcast-Folgen nochmal anhören kannst, um auch nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie spreche ich denn überhaupt mit der Personalerin, mit dem Personaler, um auch die Informationen herauszufinden, die wirklich für mich wichtig sind. Dann haben wir darüber gesprochen, welche Fragen du dir stellen kannst im Sinne der Performance des Interviews. Also, wie ist es gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist schwer, also was ist dir schwer gefallen? Was würdest du besser machen? Ich würde sagen, dass du dir da nochmal entsprechende Fragen stellst. Aber bitte, wie gesagt, nicht direkt nach dem Vorstellungsgespräch, sondern am besten lässt du nochmal eine Nacht vergehen und am nächsten Tag, morgens, setzt du dich hin und reflektierst das einmal für dich durch. Und dann hast du die Fragen zum Thema Matching. Passt denn dieser Arbeitgeber überhaupt zu mir? Ist es attraktiv? Gibt es für mich überhaupt die Möglichkeit, mich hier weiterzuentwickeln? All diese Dinge, die solltest du dich fragen. Wenn du allerdings zu den Menschen zählst, die immer wieder Absagen nach Vorstellungsgesprächen bekommen, die mit ihren Bewerbungsunterlagen überzeugen, aber sobald sie im Vorstellungsgespräch sitzen, kriegen sie, ich weiß auch mal, aus acht von zehn oder neun von zehn Fällen bekommen sie eine Absage. Dann kann das daran liegen, dass es wirklich, dass es irgendwas gibt im Vorstellungsgespräch, was dazu führt, dass Menschen vielleicht verunsichert sind oder dass sie dir vielleicht auch nicht glauben, oder was auch immer. Oder es ist vielleicht so, dass wenn du eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommst, du total nervös bist, aufgeregt, verunsichert. Du bekommst Ängste, weil das erinnert dich an Prüfungssituationen. Und auch da hattest du ja damals schon Prüfungsangst und weißt gar nicht, wie es dir geht. Du kriegst Bauchschmerzen. Also es gibt ja Menschen, die reagieren unterschiedlich darauf, wenn sie sehr, sehr verunsichert sind oder Angst haben vor dem nächsten Vorstellungsgespräch. Es kann aber auch sein, und das ist auch schon häufiger vorgekommen, du sitzt im Vorstellungsgespräch und auf einmal Blackout. Du weißt gar nicht mehr, was du sagen wolltest. Alles rinnt dir aus den Händen. Du weißt nicht, wie du damit jetzt umgehen sollst, was du tun sollst. Für diese Situation, aber natürlich auch dafür, wenn du wissen willst, wie überzeuge ich denn im Vorstellungsgespräch, wie antworte ich denn perfekt auf die Frage, erzählen sie was von sich? Wie antworte ich denn auf die Frage, nennen sie ihre Stärken, nennen sie ihre Schwächen? Und wie nenne ich vor allem Schwächen, die nicht Perfektionismus oder, oder wie war das andere nochmal, Ungeduld sind, sodass sowieso jeder glaubt, ich erzähle Mist, sondern wie rede ich von echten Stärken und von echten Schwächen, sodass man mir das abnimmt und dass man vor allem sich das dann auch vorstellen kann, wie ich dann in dem neuen Job entsprechend performe. Wenn das Fragen sind, die dir durch den Kopf gehen, dann möchte ich dich einladen zu unserem Seminar Vorstellungsgespräche rocken. In diesem Seminar lernst du, wie du deine Stärken und Schwächen am besten darstellst, sodass du überzeugst. Du lernst, wie du in kürzester Zeit dich selbst präsentierst, damit andere genau wissen, das ist deine Kompetenz, deine Stärke. Du lernst aber auch, was die schwierigsten Fragen von Personalern sind und lernst dabei, wie du darauf antworten kannst, auf diese schwierigen Fragen. Wenn du dabei sein möchtest, das nächste Seminar findet am 20. Oktober 2019 im Raum Köln statt. Wenn du diese Podcast-Folge zu einem späteren Zeitpunkt hörst, dann geh auf jeden Fall auf berufsoptimierer.de, klick auf Seminare, da findest du auf jeden Fall die aktuellen Termine. Also, wenn du wirklich an einem Punkt bist und sagst, okay, hier muss was passieren, ich muss mich jetzt mit Vorstellungsgesprächen, mit der Thematik wirklich mal auseinandersetzen und ich will vor allem wissen, wie überzeuge ich denn, wie präsentiere ich mich und vor allem so, dass Menschen von mir überzeugt sind, von dir, von deiner Persönlichkeit und wie schaffst du es, dabei authentisch zu sein und eben dich nicht zu verstellen oder das Gefühl zu haben, du musst dich verkaufen, sondern du selbst sein. Das ist doch das, worum es geht. Und das ist auch das, was Personalerinnen, Personaler, zukünftige Vorgesetzte von dir sehen wollen. Dich als echte Person. Genau das lernst du und hast du später drauf, wenn du im Vorstellungsgespräch dich präsentierst. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Das Seminar ist, wie gesagt, am 20.10. und du kannst jetzt in den Shownotes auf den Link klicken und dich entsprechend für das Seminar anmelden und dann, wer weiß, lernen wir uns mal persönlich kennen. Nächste Woche Mittwoch habe ich die wunderbare Katrin Luzar im Interview. Und Katrin Luzar ist Senior Marketing Director bei Monster. Monster ist eine der größten Stellenbörsen der Welt und ich hatte die Gelegenheit, sie persönlich kennenzulernen. Und wir sprechen über ihre persönliche Geschichte und Katrin gibt dir ihre persönlichen und besten Tipps zu selbstbewusstem Auftreten. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, du auch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder du auch keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.